Kollegen, der weit überwiegende Teil dieses Hauses wird bei der Beschreibung der Lage übereinstimmen. Sie ist ernst. Das zeigen uns die Infektionszahlen. Ich habe mich gestern bei der Leitung der Charité noch einmal unterrichten lassen darüber, welche Entwicklungen auf den Intensivstationen zu beklagen ist. Es hilft auch nichts, dass wir uns in Deutschland nun vergleichen mit London, wo es in dieser Woche ja Öffnungsschritte bei der Gastronomie und im Handel gegeben hat. Es macht auch keinen Sinn, zu beklagen, welche Managementfehler es in den vergangenen Monaten seitens der Politik gegeben hat. Das hilft uns in dieser Situation jetzt nicht. Es muss nun schnell, wirksam und rechtssicher gehandelt werden. Wirksame Maßnahmen sind die Maskenpflicht. Eine wirksame Maßnahme ist die Begrenzung der Kontakte der Haushalte. Eine wirksame Maßnahme ist eine Teststrategie. Der Fingerzeig auf die Wirtschaft ersetzt eine solche Teststrategie indessen nicht. Angesichts der Soziodemografie der Schwererkrankten empfiehlt sich eine gesundheitliche Aufklärung auch nicht nur in der deutschen Sprache. Und vor allen Dingen müssen wir das Tempo beim Impfen erhöhen durch den Einsatz aller Reserven, durch die zeitliche Streckung zwischen Erst- und Zweitimpfung und durch die Einbeziehung des gesamten niedergelassenen Bereichs. Schnelle, wirksame und rechtssichere Maßnahmen stehen uns zur Verfügung. Der jetzige Gesetzentwurf ist ja eine Reaktion auf das Scheitern der sogenannten Osterruhe. Es ist richtig, dass nun bundeseinheitlich gehandelt wird. Meine Fraktion hat bundeseinheitliche Wenn-dann-Regeln bekanntlich im Dezember vorgeschlagen. Hier in diesem Gesetzentwurf gibt es allerdings nur eine nicht differenzierte Regel für das ganze Bundesgebiet. Es ist im Übrigen auch richtig, den Deutschen Bundestag zu beteiligen und nicht ausschließlich nur auf die Bund-Länder-Runde der Regierungschefinnen und Regierungschefs zu setzen. Und trotzdem nimmt es Wunder, dass es nun gar keine Beteiligung der Länder mehr geben soll. Es hätte sie ja geben können. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident hatte ja sogar ein Vorziehen der Bund-Länder-Runde vorgeschlagen. Am Montag wäre sie regulär gewesen. Und nun gibt es keine. Ich glaube, dass das die falschen Konsequenzen aus dem Scheitern der Osterruhe sind, Frau Bundeskanzlerin, auch im Verfahren. Im Kern dieser sogenannten Bundesnotbremse, das ging aus dem Beitrag der Bundeskanzlerin und auch der Kollegin der SPD hervor, im Kern steht nun die Ausgangssperre dieser Notbremse. In der Praxis bedeutet das, dass ein geimpftes Ehepaar aufgrund eines Ausbruchs kilometerweit entfernt in einem einzelnen Betrieb daran gehindert wird, alleine nach 21 Uhr vor die Tür zu treten zum Abendspaziergang. Und in diesem einen praktischen Beispiel, diesem Lebenssachverhalt, drückt sich die ganze im Übrigen auch verfassungsrechtliche Problematik aus. Keine Unterscheidung zwischen Geimpften und Nichtgeimpften, keine differenzierte Bewertung des Infektionsgeschehens, Clusterausbruch oder diffus, keine anderen Parameter, weshalb ja die Praktikerinnen und Praktiker des Landkreistages so vehement gegen diese Regelung protestiert haben. Und im Übrigen auch die, die sind immer gegen alles, Herr Brinkhaus, das ist nun ein Misstrauensvotum gegenüber der kommunalen Ebene, das Sie gerade zum Ausdruck gebracht haben. Und im Übrigen auch eine umstrittene Wirksamkeit der Maßnahme. Der wissenschaftliche Beirat der französischen Regierung hat die dort ja über zwei Monate ab 18 Uhr bestehenden Ausgangssperren wissenschaftlich evaluieren lassen mit dem Ergebnis, dass sie eben keinen Beitrag zur Begrenzung der Infektionen geleistet haben. Und aus diesem Grund, aus diesem Grund ist das, was Sie zur Ausgangssperre hier regeln wollen, hochproblematisch. Wir werden Ihnen Vorschläge machen, dieses Gesetz verfassungsfest zu machen. Sollten Sie diesen – entschuldigen Sie bitte, Herr Kollege Brinkhaus – in dieser Situation verfassungsrechtliche Bedenken anzumachen, wie wir das tun, das sollten Sie eher schätzen. Denn Sie können kein Interesse daran haben, dass dieses Gesetz am Ende, weil Sie auf keinen Hinweis eingehen, in Karlsruhe scheitert. Der Schaden für das Vertrauen in die Pandemiepolitik insgesamt wäre immens, wenn Sie verfassungsrechtliche Bedenken nicht ernst nehmen. Es ist überhaupt nicht nur destruktiv. Herr Kollege Brinkhaus, die Art und Weise, wie Sie hier argumentieren, spricht eigentlich für sich. Im Übrigen will ich sagen, dass, wenn Sie auf diese Bedenken, die ja nicht nur von uns vorgetragen werden, nicht eingehen, wir uns gezwungen sehen, aus der FDP-Fraktion den Weg nach Karlsruhe im Wege von Verfassungsbeschwerden zu gehen. Diese Ausgangsbeschränkung ist im Übrigen nicht nur verfassungsrechtlich hochproblematisch. Der Kollege Lauterbach hat gestern, wie ich glaube, realistischerweise darauf hingewiesen, dass aufgrund der Hunderter-Inzidenz und der Art und Weise, wie diese Notbremse nun automatisch ausgelöst werden soll, an vielen Stellen über viele Wochen es zu einer Ausgangssperre kommen könnte. Da muss man unterscheiden zwischen denjenigen, die in komfortablen Wohnverhältnissen sind. Aber was ist denn mit den Studierenden im Einzimmer-Apartment? Was ist denn mit der Familie, die ohne Balkon in der Etagenwohnung auf engeren Raum zusammenlebt? Die werden dann möglicherweise, wenn Herr Lauterbachs Prognose recht hat, über Wochen in den Räumen sein, während es draußen bereits hell ist. Das ist ein enormer sozialer Schaden, der damit verbunden ist. Im Übrigen, Herr Kollege Brinkhaus, nehmen Sie doch bitte zur Kenntnis. Sie haben jetzt gestrichen in Ihrem Gesetzentwurf die Möglichkeit des testbasierten Öffnens. Der Vorsitzende des Teams Vorsicht, der bayerische Ministerpräsident, hat am 7. April mit seinem Landeskabinett noch beschlossen, dass zwischen der Hunderter- und Zweihunderter-Inzidenz Terminshopping mit Test möglich ist. Ab der Zweihunderter-Inzidenz ist dort immer noch Handel möglich nach dem Modell Click and Collect. Das sagt der Vorsitzende des Teams Vorsicht. Verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, das könnte dafür sprechen – entweder ist es eine Frage des politischen Charakters – oder es könnte dafür sprechen, dass vom Handel ohne Kontakt tatsächlich kein Infektionsrisiko ausgeht. Ich neige der zweiten Interpretation zu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Debakel der Osterruhe darf sich nicht wiederholen. Und deshalb ist mein Appell an die Regierungsfraktionen, nehmen Sie die aus den Ländern, aus der Rechtswissenschaft, von Praktikern und auch aus dem Parlament vorgetragenen verfassungsrechtlichen Bedenken ernst. Machen Sie es sich bitte nicht so leicht wie der Kollege Brinkhaus. Sagt Christian Lindner, der Fraktionschef der FDP-Fraktion. Und was die Experten sagen übrigens zu diesem Gesetzentwurf, das wird sich heute Nachmittag schon zeigen, denn da gibt es schon eine öffentliche Expertenanhörung zu dem Gesetzentwurf. In der Eingang erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Karl Lauterbach, SPD. Karl Lauterbach ist von Christian Lindner ja angesprochen worden. Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal, Herr Lindner, Sie haben mich richtig zitiert, aber nicht vollständig zitiert. Und das ist in diesen Zusammenhängen ist das bedeutsam. Ich habe darauf hingewiesen, womit Sie recht haben, dass wir in sehr vielen Landkreisen eine Inzidenz von unter 100 nicht erreichen werden. Dann würde die Notbremse mit den Ausgangsbeschränkungen gelten, so wie von Ihnen vorgetragen. Ich habe aber auch darauf hingewiesen, dass es nicht so sein muss, weil wir andere Maßnahmen ergreifen können und müssen. Und aus meiner Sicht wäre es fair gewesen, das dazu zu sagen, weil ich habe dafür gestern noch konkrete Beispiele gebracht. Es wäre auch an Ihnen gewesen, entsprechende Beispiele heute vorzutragen. Die habe ich aber, die habe ich nicht vernommen. Ich bin mit Ihnen einer Meinung, dass wir die Impfintervalle strecken könnten. Das ist aber auch der Punkt, wo wir einer Meinung sind. Aber mit dieser Haltung, dass wir uns hier gegenseitig kompliziert erklären, was alles in Deutschland nicht funktioniere, was aber im Ausland nicht nur funktioniert hat, sondern auch gewirkt hat, womit man dort die Welle brechen konnte, womit man dort auf Inzidenzen unter 30 mittlerweile gekommen ist. Mit dieser Debatte kommen wir nicht weiter. Wir brauchen Pragmatismus und keine gegenseitige Aufklärerei, was alles nicht funktioniert. Daher bitte ich, dass wir tatsächlich in dieser Ausgangssperre eine notwendige, aber nicht hinreichende Maßnahme sind. Es wird alleine nicht reichen. Aber in keinem Land ist es gelungen, eine Welle mit einer B.1.1.7-Mutation noch einmal in den Griff zu bekommen, ohne dass man nicht auch, und nicht alleine, ohne dass man nicht auch das Instrument der Ausgangsbeschränkungen und nicht Sperren genutzt hätte. Herr Kollege Lindner. Bitte sehr, Sie können ja wieder. Herr Präsident, Herr Kollege Lauterbach, tatsächlich habe ich hier eben, das können Sie im Protokoll ja noch einmal nachsehen, eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Ich sprach von Maskenpflicht, Begrenzung der Kontakte der Haushalte, Teststrategie, Aufklärung auch in Fremdsprachen und Beschleunigung des Impfens. Und übrigens zur Ausgangssperre. Eine solche Ausgangssperre ist auch schon von Gesundheitsministern der FDP begrüßt worden, nämlich in Flensburg, wo eine sozialdemokratische Oberbürgermeisterin zusammen mit unserem FDP-Gesundheitsminister bei einem diffusen Infektionsgeschehen bei noch nicht großem Impffortschritt zu Anfang dieses Jahres sich zu diesem Instrument genötigt sah. Also insofern, da sind wir nicht borniert, aber so wie Sie es hier in das Gesetz schreiben wollen, ist es eben unverhältnismäßig. Und lassen Sie mich hinzufügen, wenn Sie schon mangelnde Vollständigkeit beklagen, es war bei mir keine Absicht, hätte ich mir gewünscht, dass Sie, wenn Sie schon die Wirksamkeit der Ausgangssperre gerade noch einmal unterstrichen hätten, dass Sie eingegangen wären auf die wissenschaftliche Untersuchung des Beirats der französischen Regierung, die infrage gestellt haben, auf einer breiten Datenbasis, zwei Monate ab 18 Uhr, ob nicht gar eine negative Wirkung von der Ausgangssperre ausgeht, aufgrund der Verdichtung von Kontakten.